Wir reden über den VfB Stuttgart. Mein Name ist Simeon Kramer und neben mir am Tisch sitzt mein gut gelaunter, aber müder Kollege Danny Gallm. Danny, moin! Guten Morgen, gut gelaunt, müde und wie man vielleicht an der Stimme hört, auch nicht so 100%. Ich glaube, vor einem Jahr hätten wir noch einen mittelschweren Skandal produziert, dass ich jetzt hier sitze und mit dir podcaste. Aber Simeon, nach solchen Spielen, nach solchen Auftritten, da hätte ich mich hier wahrscheinlich nur mit einem Bein ins Studio geschleppt, um mit dir zu podcasten. Wahnsinn. Wobei es ja eigentlich egal, wenn du jetzt hier im Studio bist und leicht angeschlagen bist, weil wir waren gestern auch zusammen im Stadion. Also wenn ich jetzt krank werde, werde ich sowieso schon. Und vor allem nach dem Spiel gestern kann ich eigentlich gar nicht krank werden. Danny, 2 zu 0 Sieg des VfB Stuttgart im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Borussia Dortmund. Eine, ja, Machtdemonstration der Schwaben, die den BVB, eine Champions League-Mannschaft, die jetzt vermutlich dann auch, oder ja, sie werden eine Runde weiterziehen in der Champions League ins Achtelfinale. Der VfB hat diese Mannschaft phasenweise dominiert, hergespielt, bestimmt, das Spielgeschehen diktiert. Danny, wir haben heute eine richtig geile Podcast-Folge für uns, oder? Ich hoffe, meine Stimme hält durch bis zum Schluss, weil die Spiele, die ich jetzt zuletzt aus dem Stadion raus begleitet habe, die zehren dann doch an der Gesundheit. Aber es liegt nicht am VfB, das können wir gleich vorne wegschicken. Deswegen, toi, 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 Gutzle sind dabei, Tee ist dabei. Ich bin bereit. Und beim Stichwort Tee gehen wir ganz kurz in die Werbung. Danny, heute das letzte Mal, unser Werbepartner am Start, die Gräuter Mieke GmbH. Ja, wir haben hier aus dem Tisch so ein paar Sachen stehen. Ich hebe das mal ein bisschen hoch. Das ist hier so eine kleine Geschmacksprobierdose. Apfeltee habe ich hier einmal. Dann habe ich hier noch Weihnachtstee, habe ich mir alles bestellt im Shop, Online-Shop von Gräuter Mieke. Und dann, wir haben ja darüber gesprochen schon, hier diese Geschenkbox. Ich hebe sie mal hoch, ihr seht sie. Für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer, ich beschreibe sie kurz. Eine wunderschöne Blechdose in schwarz und weiß und Gold. Also sieht echt edel aus. Ein goldener Brustring quasi. Ja, 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 ein Sondertrikot, ein neues Sondertrikot. Ein neues Sondertrikot. Nein, Spaß beiseite. Ich habe mir das bestellt im Online-Shop auf shop.kräuter-mieke.de. Ich habe es hier oben nochmal eingeblendet. Ihr findet den Link auch in den Shownotes. Wenn ihr bestellt, gebt den Gutscheincode an, VFB15, alles groß geschrieben. Dann bekommt ihr 15% Rabatt. Ich habe hier diese Geschenkdose. Ich werde sie nachher auspacken. Habe ich noch nicht gemacht jetzt. Da ist, glaube ich, Schwarztee mit Bratapfel-Geschmack drin. Da habe ich richtig Bock drauf. Das werde ich gleich nachher ausprobieren. Und noch ein zweites, was ich ganz vergessen habe. Aber auf jeden Fall, schaut vorbei im Online-Shop. Und ganz wichtig, Danny, es gibt, glaube ich, eine Nikolaus-Aktion noch. Es gibt eine kleine Aktion, weil der Sebastian heute quasi seine letzte Folge hier bei uns sponsert. Da vielen Dank nochmal an dich, Sebastian. Und er hat sich gedacht, eigentlich wäre die letzte Folge am Nikolaustag gekommen, nämlich am Mittwoch. Aber es war Pokal, deswegen einen Tag später. Nichtsdestotrotz, jeder, der jetzt bestellt bei Sebastian im Online-Shop, der bekommt noch einen kleinen Schoko-Nikolaus obendrauf. Also schaut doch gerne mal rein. Und Sebastian, dir nochmal herzlichen Dank. Und Sebastian, schick nochmal ein paar Probiererle durch. Also diese Dosen hier, ich finde die genial. Also das sind wirklich hier so, was sind das? 50 Gramm, 25 Gramm zum Tee. Kann jeder bestellen. Einfach 5, 6 bestellen im Online-Shop. Kann man probieren und sich dann eine größere Packung bestellen. Lass doch mal ein paar nochmal durchschicken hier für uns in die Redaktion. Wir freuen uns sehr drüber. Deswegen, Danny, wir machen weiter. Wir reden über den BVB. Sebastian, dir danke fürs Werben. Und dann zurück zur Folge. Danny, ich tue hier mal kurz die Boxen weg zur Seite, damit die hier nicht mehr rumliegen. Soll ich die Zeit überbrücken? Weil du hast gesagt, wir reden über den BVB. Okay, das wäre dann der Partner-Podcast der Ruhrnachrichten vielleicht. Die haben nämlich, glaube ich, auch einiges zu bequatschen nach diesem Auftritt der Dortmunder am Mittwochabend in Stuttgart. Danny, was war das eigentlich gestern wieder für einen Pokalabend? Also wir waren ja zusammen im Stadion für euch da draußen. Normalerweise teilen wir uns ja auf. Wir sind ja nur zu zweit hier in der Redaktion, die den VfB begleiten. Das kriegen wir von der Manpower gar nicht hin, dass wir zu jedem Spiel zu zweit gehen. Aber gestern war so ein besonderes Spiel, so eine Wichtigkeit auch, dass wir gesagt haben, wir gehen zu zweit, um euch auch heute hier einen Top-Podcast zu präsentieren. Wir waren also beide vor Ort, Danny. Und ich muss sagen, es hat sich mehr als gelohnt, oder? Also was ein Spiel, was eine Mannschaft. Ich bin gestern aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Ich habe nicht gedacht, der BVB war ja schon mal vor ein paar Wochen hier und es ging ja nur 2 zu 1 aus. Und auch da hat der VfB ja schon ein Top-Spiel gemacht und der BVB hat wirklich ein extrem schlechtes Spiel gezeigt. Und ich hätte nicht gedacht, dass es in dieser Form so ein Spiel gegen den BVB nochmal geben würde. Ich habe nicht gedacht, dass der BVB sich nochmal so die Blöße gibt, dass der BVB was gut zu machen hat. Gestern Abend, am Mittwochabend im DFB-Pokal. Bayern raus im Pokal, Leipzig raus im Pokal. Also die Chance für Dortmund das Pokalding zu gewinnen, war ja so groß wie selten. Und jetzt fliegen die da 2-0 raus. Es hätte locker 4-5-0 ausgehen können. Was dieser VfB da spielt, Danny, ist völlig absurd. Ja, weil man vor allem so das Gefühl hat, diese Mannschaft wird immer stärker. Also nicht, dass sie irgendwie, das war ja am Anfang so die Frage, wann kommen sie mal aus dem Tritt und wie lange hält das denn noch an? Und aktuell sind wir immer noch in dieser Phase, weil eigentlich müssen wir ja zwei Spiele besprechen hier im Podcast heute, weil wir haben ja auch noch das Bremen-Spiel gehabt und das war ja das gleiche in grün. Also Werder Bremen nach Hause geschickt mit 2-0 und auch das hätte, wenn der VfB nicht seit ein paar Wochen dieses leidige Thema Chancenverwertung hat und damit ist es eigentlich auch schon gut mit Merkel für die Folge heute, hätten die Bremen abgeschossen und die hätten, wie du richtig sagst, zweimal innerhalb von nicht mal dreieinhalb Wochen Borussia Dortmund eingeschult. Aber mal so richtig eingeschult. Also das war ja phasenweise so platt, wie das klingt, ein Klassenunterschied. Also ich kann mich noch erinnern, wir saßen ja da und haben uns die ersten zehn Minuten angeschaut und du dachtest schon so, was will der BVB hier eigentlich? Die haben hier gar nichts zu melden, die sind gar nicht auf dem Platz. Und du dachtest vor dem Spiel eigentlich noch, dein Bauchgefühl täuscht dich ja eher selten. Deswegen, du hast ja 2-0 gegen Bremen getippt, Danny, in unserem Tipp-Podcast hier. Und beide Torschützen richtig? Und die Torschützen richtig. Danny hat Undaf und Gerasi als Torschütze vorhergesagt und ein 2-0-Sieg gegen Bremen. Also dein Bauchgefühl, Danny, roter Teppich ist hier mit ausgerollt, dein Bauchgefühl trügt dich eigentlich selten, aber gestern hat es sich gedrückt, weil du dachtest, der BVB holt das Spiel. Jetzt nicht schön, aber die gewinnen irgendwie 2-1 und der VfB, der bekommt mal ein bisschen die Flügel gestutzt. Aber es war ja nicht mal ansatzweise so. Es ist irre, also diese Dortmunder Mannschaft, ich kann sie gar nicht erklären, weil die kommen in einer wirklich schwierigen Champions-League-Gruppe weiter. Die gewinnen in Mailand, die bestehen gegen Newcastle, zusammengekaufte Millionentruppe. Also die spielen in Leverkusen 1-1, das ist auf dem Papier ein gutes Ergebnis, aber man hat schon am Sonntag bei dem Spiel gesehen, diese Dortmunder Mannschaft, die hat auf einmal irgendwie eine Idee oder einen Matchplan an der Hand, der so überhaupt nicht BVB-like ist, würde Karl-Heinz Rummenigge vermutlich sagen. Und so haben die ja auch in Stuttgart gespielt. Also du weißt es ja, mein Bruder, großer BVB-Fan, war gestern noch im Stadion im Gästeblock und wir haben danach noch ein bisschen gewhatsappten, habe ich gesagt, also wenn die jetzt in regelmäßigen Abständen so einen Fußball anbieten oder spielen wollen, es war ja eine Herangehensweise, es war ganz interessant, weil auch die Kollegen aus dem Pott, die Journalistenkollegen Terzic damit konfrontiert haben, so nach dem Motto, was war denn die Idee hinter diesem passiven Ansatz? Und dann hat er so ein Stück widersprochen und gesagt, ja, das war nicht passiv, aber der Eindruck ist entstanden, weil wir so viele Fehler gemacht haben und hat dann am Ende schon dazu geführt, dass es total passiv war. Und wir kommen immer wieder dann auf die Frage, war jetzt der BVB so schwach? Das stimmt, ja, sie waren wieder schwach, aber der VfB, der hat wieder gekickt wie aus einem Guss. Das ist einfach nur von A bis Z toller Fußball, das ist defensiv stabil, das ist im Mittelfeld fein abgeschmeckt, vorne drin wieder die Doppelspitze. Das hat gegen Bremen super funktioniert, gegen Dortmund phasenweise auch gut, aber eher ein bisschen, ja. Und dann nehmen, die nehmen den BVB auseinander und das müsst ihr euch einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Die nehmen Borussia Dortmund zweimal hintereinander in Liga und Pokal auseinander. Mehr braucht man eigentlich nicht zu sagen. Mir fällt ja auch nicht viel ein, Danny. Ich habe eine Statistik gesehen beim Kollegen Dennis Bayer von Sky. Dennis, grüße raus an dich, der hat das, glaube ich, getwittert. In dieser Saison 16 Spiele hat der VfB absolviert, davon 13 gewonnen und 8 Mal zu 0. Wahnsinn. Was geht eigentlich ab? Der VfB hat schon 8 Mal in dieser Saison zu 0 gewonnen mit DFB-Pokal. In der ganzen vergangenen Bundesliga-Saison, Danny, gab es überhaupt 8 Siege? Nee, ich glaube nicht und zu 0 schon gar nicht. Also, was geht eigentlich ab? Also, ich muss wirklich sagen, gestern im Stadion, ich habe ja damit gerechnet, dass es ein Fußballfest wird. Und wir hören gleich einen O-Ton von Fabian Wohlgemuth, der das nochmal so ein bisschen einordnet, dieses Spiel, weil wir müssen gleich nochmal in die Details des Spiels. Wir tun jetzt ja gerade so das große Ganze, mal so ein bisschen abrunden. Ich habe gedacht, es wird ein Fußballfest, weil der BVB mitzockt. Und es war überhaupt nicht der Fall. Die wollten nicht. Entweder sie wollten nicht, Danny, oder sie konnten nicht, weil der VfB es nicht zugelassen hat. Ich finde schon, dass Dortmund hätte höher pressen können, dass Dortmund hätte höher spielen können. Weil ich erinnere mich an die Pressekonferenz mit Sebastian Hoeneß vor dem Dortmund-Spiel, wo er gesagt hat, wir werden nicht ständig Dortmund hochpressen können. Aber sie haben es die ganze Zeit gemacht. Der VfB hat quasi den BVB in 80% der Spielzeit hoch angepresst. Das hätte Dortmund ja auch machen können. Da sieht man schon die unterschiedlichen Spielideen, die unterschiedlichen Ansätze. Der VfB gut drauf, volles Risiko, presst hoch an. Dortmund eigentlich auch gut drauf. Aber du hast ja schon, das ging ja schon los, wenn wir uns die Start-Dale vom BVB anschauen, die hat, finde ich, schon so ein Signal ausgesandt. Da saßen Reus auf der Bank, Füllkrug auf der Bank, Mahlen auf der Bank. Das sind so drei Topscorer vom BVB und die sitzen von Anfang an auf der Bank. Da war für mich zumindest schon mal klar, okay, volles Risiko gehen die nicht hier heute. Moukoko von Anfang an vorne drin. Warum? Weil sie Angst haben. Haben sie Angst? Angst ist es die Idee. Also ich glaube, auf dem BVB, und ich möchte da gar nicht so viel sagen heute im Podcast, aber da werden einige Diskussionen kommen, glaube ich, weil das nicht der Anspruch und der spielerische Ansatz sein sollte für eine Mannschaft, die so geile Kicker ja auch hat. Und was geile Kicker, die gut drauf sind, die einen geilen Matchplan an der Hand haben, die Selbstvertrauen haben, was die dann machen können, das hat man von weiß und rot gesehen am Mittwochabend. Und deswegen, Danny, konzentrieren wir uns jetzt auf den VfB Stuttgart und zerlegen dieses Spiel mal ein bisschen in die Einzelteile. Wir fangen an, indem wir uns einen O-Ton anhören vom Sportdirektor des VfB Stuttgart, von Fabian Wohlgemuth, der nach den Spielen ja immer als erstes zu uns Journalisten in die Mixzone kommt und damit uns plaudert. Wir haben ihn natürlich gefragt, oder ich habe ihn gefragt zu Beginn, Danny, du standst ja auch dabei, habe ich ihn gefragt, Fabian, 2-0 Sieg, Mittwochabend schmeckt, oder? Dann hat er gemeint, ja, schmeckt. Er hat gerade ein paar Mandeln gegessen, das ist natürlich immer ganz besonders witzig, der Fabian, aber dann wurde er ernst und hat über das Spiel gesprochen. Hören wir doch mal rein, was er dazu sagt, Danny. Nein, im Ernst, das war eine absolut überzeugende Leistung, war heute ein Fußballfest. Wir haben heute eine Mannschaft im Grunde bestimmt, die den Anspruch hat, Champions League zu spielen und die Mannschaft wurde auch so zusammengestellt. Und ja, wir hatten von Anfang an Ballbesitz, haben über den Ballbesitz den Rhythmus variiert, haben immer versucht, ins letzte Drittel zu kommen. Dortmund hat tiefer gestanden als normal und hätten eigentlich schon zählbares in der ersten Halbzeit mitnehmen können. Er hat schon noch ein Stück weit die Feinabstimmung gefehlt und dennoch haben wir das Spiel gestimmt. Ja, Danny, ich habe das ein bisschen gekürzt, weil er da noch länger geredet hat, aber ich dachte, das passt jetzt erstmal so. Eigentlich reicht es. Er hat alles angesprochen. Es war ein Fußballfest. Wir haben einen Gegner dominiert, der eigentlich Champions League spielt und die Mannschaft auch so zusammengestellt ist, was ja eigentlich schon alles sagt. Dortmund ist tiefer gestanden, als man es eigentlich erwartet hätte. Und es war schon auch ein bisschen überraschend, auch für den VfB. Und er hat angesprochen, dass man eigentlich hätte schon viel, viel mehr in der ersten Halbzeit mitnehmen können. Stichwort Chancenverwertung. Also ich glaube, der Sportdirektor hat es hier mal summa summarum mal ganz locker flockig in 45 Sekunden zusammengefasst, oder? Ja, das ist ja auch seine Aufgabe gewissermaßen so. Treffer versenkt. Und nach so einem Spiel macht er das natürlich auch sehr gerne. Und was mir halt so im Nachgang kam, und also der BVB hat ja mit diesem passiven Angsthasenfußball eigentlich den größtmöglichen Fehler begangen. Nämlich er hat dem VfB den Ballbesitz überlassen. Und einer Mannschaft, die im Ballbesitzspiel, im Positionsspiel so stark ist, genau das zu geben, was sie eben stark macht, das hat nämlich auch den Fehler, ich versuche immer wieder Bremen auch mit einzubauen, weil diese beiden Spiele so schön aneinander passen. Das hat Werder Bremen ja auch gemacht. Die haben dem VfB viel zu viel die Spielkontrolle überlassen. Und wenn die ins Spielen kommen, ins Zocken kommen, Milo, Undaf, Führig, alle miteinander, Stiller, Karasor, selbst die IVs mit Zagadou und Anton, dann kriegst du die aktuell nicht gebremst. Also ich höre dir immer zu und ich komme da fast ins Staunen. Es ist ja auch zum Staunen, es ist aber auch, ich glaube, Fußball ist immer ein ganz, ganz großer Part oben in der Birne. Und du siehst halt hier beim VfB gerade eine Mannschaft, der das Selbstvertrauen quasi aus den Ohren quillt. Und im positiven Sinne berauschen die sich an der eigenen Stärke. Die wissen, wir können was und die zeigen das und die Gegner, Entschuldigung, dass ich jetzt das sage, sind so blöd und lassen es zu. Du hast es ja gesagt, der BVB hätte ja einen deutlich aktiveren, mutigeren Pressing-Ansatz wählen können, anstatt sich abwartend hinten reinzustellen und den VfB, der ja gerade im Pressing so stark ist. Guckt euch das an, guckt euch die Szenen an, wenn der BVB das Spiel aufgebaut hat. Wie der VfB mit vier, fünf Mann in einer Linie super abgestimmt presst, die Fehler erzwingt. Und deswegen komme ich immer wieder auch auf den BVB, weil ein Fußballspiel besteht eben immer aus zwei Mannschaften. Wie kann man denn so blöd sein? Es tut mir leid, dass ich es so scharf sage. Also, weil die haben doch auch die fußballerischen Mittel, hat man ja dann auch gesehen in so einer Phase in der zweiten Halbzeit, wo es kurz mal ein bisschen wackelig war, die hätten ja deutlich mehr machen können. Aber irgendwie ist es dann immer die Mischung so aus, okay, das ist unsere Herangehensweise, ein bisschen abwarten, ein bisschen zurückgezogen und eben, wow, was macht dieser VfB hier? Was machen Stilla und Karasor? Die fressen alles auf. Sagadou, Anton, da hinten geht ja gar nichts lang und bei Standards, der Nübel pflückt alles und vorne drin hast du und auf Girassi und rechts ist Führig und links. Also, die spielen ja ihre Gegner phasenweise schwindelig. Und das ist ja das, was dich so ins Staunen bringt und auch mich und euch da draußen sicherlich auch. Diese Dominanz, diese Überlegenheit. Und wenn wir mal ehrlich sind, in den letzten drei Spielen, also Bremen, Frankfurt und Dortmund, hatte der VfB Torchancen für vermutlich 20 Tore. Es ist so, oder? Also, das übertreibe ich jetzt nicht. Die hätten gestern Abend den BVB mit 5 zu 0 nach Hause schicken können. Vielleicht sogar müssen. Vielleicht sogar müssen. Gregor Kubel, der Ex-Keeper von Stuttgart, dieses Mal auch wieder ein starkes Spiel gemacht. Und das ist ja eigentlich völliger Wahnsinn. Hummels hat auch ein starkes Spiel gemacht. Du musst ihn ein bisschen loben, weil du kritisiere ihn oft. Ja, ich kritisiere ihn oft, aber aktuell scheint er da in dieser Mannschaft, die irgendwie so eine Identitätskrise hat, finde ich, scheint er der Einzige zu sein, der sich da so ein bisschen dagegen stemmt. Weil wenn du diese Dortmunder Mannschaft gestern gesehen hast, das Mittelfeld hat nicht funktioniert mit Özcan vorne drin, ging gar nichts. Füllkrug, der dann für den angeschlagenen Mokoko reinkam. Die Defensive, Hummels hält es zusammen, Schlotterbeck, ja, auch sehr wackelig. Und wenn die den Kobel nicht hinten drin hätten, hätten die schon einige Spiele in dieser Saison deutlicher verloren. Aber es ist natürlich auch ein Riesenfaktor. Und gegen den VfB zu spielen aktuell, das ist aus Gegnersicht alles andere als vergnügungssteuerpflichtig. Und das wird es hier im Podcast mal sagen, den ich habe gestern. Lasst es euch kommen, legt es euch auf eine Taste und spielt es euch immer wieder ab. Also es ist doch Wahnsinn. Also ich saß gestern mit dem Kollegen zusammen, mit dem Niklas Noak, Grüße raus, saß ich und habe gesagt, du Niklas, erinnerst du dich noch? Vor knapp einem Jahr, vor elf Monaten, saßen wir beide in Mabea im Trainingslager mit Bruno. Saßen bei Medienabend. Man darf ja nicht erzählen, was da passiert ist, weil das ist ja unter Verschluss. Aber wir haben einen Viertelik geschlotzt mit dem Bruno und mit dem Fabian auch. Und wir saßen da in Mabea und Abstiegskampf und oh mein Gott und wird das was? Und Feuerwehrmann Bruno und morgens um 7.30 Uhr laufen und wir müssen unsere Fehler minimieren und wir müssen gucken, dass wir keine Fehler machen. Und das war das genaue Gegenteil von dem, was gestern war. Und es ist doch so absurd, oder? Wo der VfB jetzt steht, Danny? Also diese Entwicklung. 16 Spiele in dieser Saison. 13 gewonnen ist ja schon pervers krass. Und dann auch noch 8 zu 0. Das ist doch abnormal. Als VfB-Fan da draußen muss man sich doch denken, was geht eigentlich hier für ein Film, oder? Ja, und das ist ja auch das, was wir immer mit dem Aspekt träumen ist erlaubt. Und das sagen ja auch die Verantwortlichen immer, die Fans, die dürfen träumen. Wir machen erstmal weiter unseren Job. Und wir haben das ja auch schon oft hier im Podcast so ein bisschen erklärt. Der Faktor Höhen ist der größte Faktor in der Gleichung, der seit April hier ist und einen Top-Job macht. Ich glaube, Maxi Mittelstädt hat es gestern nach dem Spiel dann auch so gesagt. Der schafft es, dass jeder Spieler seine Stärken ausspielen kann. Also durch das taktische Konstrukt, durch die Herangehensweise, dieses fein Abgestimmte, dieses Thema, jeder weiß, was zu tun ist. Jeder ist bereit, diese Meter zu gehen, gegen den Ball, mit dem Ball. Und deswegen, ich finde es gar nicht so krass unerklärlich, dass sie deutlich stabiler sind als in der Vorsaison. Weil also noch schlechter ging es ja eigentlich auch gar nicht. Das muss man ja auch immer sehen. Und dann ist es jetzt halt mal so gekommen, das haben wir ja auch schon öfters betont, sie haben halt endlich mal alle Problemfelder detektiert und sie haben sie auch geschlossen bekommen. Durch kluge Transfers, durch kontinuierlich gute Trainerarbeit von Sebastian Hoeneß und seinem Team. Und dann kommt noch on top der Faktor, du bist in einem Lauf. Es funktioniert gerade was. Du merkst selber, du hast vorne drin Girassi und Undaf, zwei Ausnahmestürmer, die beide gut in Form sind. Wobei wir ja Girassi ja sagen müssen, er hat so ein bisschen den Touch verloren. Er hätte ja die letzten Spiele deutlich mehr treffen können und trotzdem in jedem, also gegen Bremen getroffen, gegen Dortmund getroffen. Aber er hatte auch Chancen, um in Frankfurt zu treffen oder gegen Bremen doppelt und gegen Dortmund auch doppelt oder vielleicht sogar dreifach. Und in so einem Gefüge, in so einem Leistungsklima, da entwickelt sich dann was. Das ist diese berühmte Eigendynamik, die kann im Negativen sich entwickeln. Haben wir ja eindrucksvoll gesehen. So, wenn du unten, wie war der Spruch von Andi Bremen? Hast du Scheiße am Fuß? Hast du Scheiße am Fuß? Siehe Union Berlin zum Beispiel. Jetzt hast du Gold am Fuß, hast du Gold am Fuß. Also jetzt, es funktioniert halt auch einfach alles. Aber trotzdem ist es ja unsere Aufgabe als Journalisten, da reinzugehen, da reinzuschauen, das zu analysieren. Du hast den größten Faktor, und es steht auf unserem Themensheet hier ganz fett drauf, den hast du schon angesprochen. Trainer. Wir haben das schon immer wieder anklingen lassen an euch da draußen. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Was ist für euch der größte Faktor, warum es beim VfB gerade so läuft? Seid ihr genauso begeistert wie wir, was die da gerade abziehen, die Schwaben? Für mich ist der größte Faktor der Trainer. Sebastian Hoeneß. Und das hat man gestern in dem Achtelfinale des DFB-Pokals ganz besonders gesehen, weil man zwei Trainer gesehen hat auf der Bank, bei einem Team, wo es richtig läuft, beim anderen Team, wo es jetzt nicht richtig schlecht läuft, aber wo es besser laufen könnte. Und man sieht, die kommen irgendwie nicht voran, die stagnieren. Und es ist eigentlich absurd, dass wir darüber reden, dass der VfB das Team ist, bei dem es läuft, und der BVB das Team ist, wo man das Gefühl hat, die stagnieren aktuell. Auf der einen Seite, Danny, steht Sebastian Hoeneß. Ein junger Trainer, ebenso wie Edin Terzic, am Alter kann es nicht liegen. Wahrscheinlich an der Ausbildung auch nicht, sind beide super ausgebildet, haben beide den Fußballlehrer. So, Sebastian Hoeneß gibt seiner Mannschaft einen klaren Plan mit. Die Mannschaft hat eine klare Struktur, es sind klare Abläufe erkennbar. Jeder Spieler kriegt seine Stärke auf den Platz. Das ist Traineraufgabe. Es ist die Aufgabe des Trainers, dass jeder Spieler sein volles Potenzial entfalten kann, und das kriegt Sebastian Hoeneß hin. Edin Terzic kriegt es offensichtlich nicht hin. Welten Spielansatz, der finde ich für die Mannschaft zu passiv ist, zu defensiv ausgerichtet. Wenn du mit einem Matchplan in Stuttgart ins Spiel gehst, dass du den Schwaben den Ball überlässt, die gerade mit Ball ja so viel anfangen, dann ist es einfach nur fahrlässig. Ich glaube, es geht um den Punkt, dass Hoeneß ein ganz wunderbares Gefühl für diese Mannschaft hat, für Stimmungen, für die Form einzelner Spieler. Er moderiert es ja auch einfach klasse. Wir kommen nachher, glaube ich, auch auf den Punkt zu Luxusproblemen. Der Kader ist breit aufgestellt. Beispiel Bremen-Spiel. Er merkt, ich habe Gerasi, ich habe Undaf, beide sind gut drauf, also spielen beide. Und nicht künstlich erzwungen, so der eine, eine Halbzeit, der andere zwei, oder irgendwie so. Und er merkt, Angelo Stiller, angeschlagen, muskuläre Probleme. Sein wichtigster Spieler im Zentrum braucht eine Pause. Kein Problem, fangen wir auf. Stellt Milo auf die Sechs, der funktioniert dort auch. Das ist es. Die Maschine läuft, und dann kannst du auch mal einen Einzelteil verändern oder austauschen. Das haben wir ja letzte Woche diskutiert, als es um das Thema Doppelspitze ging. Und da war meine Meinung ganz klar, da funktioniert gerade einiges gut. Wenn du es ausprobieren willst, dann jetzt. Und nicht irgendwie unter Druck, so, oh, wir müssen was verändern. Und dann ist es immer schwierig. Und jetzt, Hoeneß, Fingerspitzengefühl, hat offensichtlich einen super, super Draht zu dieser Truppe. Und auch das liegt in der vergangenen Saison begründet. Der kommt hierher, der versprüht von Anfang an Optimismus, macht jedem klar, Leute, diese Mannschaft kann was. Erinnere dich immer wieder zurück, Bruno Labbadia hat das nicht ausgestrahlt. Bei Bruno Labbadia hieß es, sieben Uhr laufen gehen, die sind noch nicht fit. Und der hat der Mannschaft von Anfang an diesen Glauben an die eigene Stärke, ob er da war oder nicht, spielt gar keine Rolle, zurückgegeben. Und jetzt ist er da. Und jetzt wächst was. Und jetzt moderiert Hoeneß eben ganz feinfühlig dieses Innenleben dieser Mannschaft, stellt gegen Dortmund wieder die Doppelspitze auf. Es ist einfach gute Trainerarbeit und gut, dass du es genannt hast. Man hat so das Gefühl, das ist jetzt wirklich Ferndiagnose bei Dortmund, dass eben Edin Terzic das, was Hoeneß da so gut macht, dieses Reinhören in die Truppe, was wollen wir, was brauchen wir vielleicht auch, dass das eben aktuell nicht so gut funktioniert. Und das hat man halt eindrucksvoll gesehen am Mittwochabend oder am Samstagabend gegen Werder Bremen. Danny, es gibt ein, ich will da gar nicht viel dazu sagen, weil deine Analyse mache ich nicht kaputt, trifft es auf den Punkt. Hoeneß, Man of the Match, eigentlich auf der Trainerbank, aber Man of the Match gestern war jemand anderes, nämlich Maxi Mittelstädt. Du hast gerade gesagt, der Trainer hat ein gutes Gespür für Spieler. Wie ist da gerade der Zustand, der Fitnesszustand, der Leistungszustand? Wie sind die Spieler gerade drauf? Und ein Spieler profitiert von diesem neuen Trainer, von diesen Impulsen, die der Trainer gibt, ganz besonders, nämlich Maximilian Mittelstädt. Danny, wir nehmen den jetzt hier aus dem ganzen Team gestern Abend. Das finde ich overall eine super Partie gemacht hat. Es gab so ein paar Abfälle. Ich finde, Chris Führig hat mir gestern nicht ganz so gut gefallen. Ich finde, Joshua Wagnermann war kaum bis gar nicht auffällig. Aber auf ganz hohem Niveau. Aber auf ganz hohem Niveau gelästert. Aber deswegen sage ich, ich möchte sinnbildlich einen hervorheben. Wir hätten auch Enzo Milot hervorheben können, der ein super Spiel gemacht hat, der dieses 1 zu 0 wirklich traumhaft vorbereitet, wie er auftritt, den Ball mitnimmt, durchsteckt auf Serou. Traumhaft. Aber ich will Mittelstädt rausheben. Warum? Der Junge liefert einfach nur Bombe ab. Hätten wir je gedacht, Danny, dass ein Hiroki Ito ausfällt beim VfB und es fällt eigentlich gar nicht auf, weil da jemand kommt, der genauso übertrieben krass abliefert. Das ist ja genau das, was diese Mannschaft so stark macht. Wir hatten das gleiche Thema ja bei Omavro Panos geht. Kriegen sie das ersetzt? Das ist der Greek Warrior, der Anführer. Sosa geht. Kriegen sie diese Flanken ersetzt? Endo geht. Kriegen sie diese Mentalität ersetzt? Diese Mannschaft hat alles ersetzt bekommen. Jetzt fällt Ito verletzt aus, Muskelprobleme. Es spielt überhaupt keine Rolle. Es spielt keine Rolle. Und warum? Weil Mittelstädt performt, Danny. Ja, super. Ich finde, auch gestern wieder, der gefällt mir. Das ist so ein Bohrer, das ist so ein Nager, das ist so ein Beißer. Der beißt sich in jeden Zweikampf rein, der gibt keinen Zweikampf verloren. Erinnerst du dich an die Szene, kurz vor Schluss, 88. Minute, der VfB führt 2-0, das Ding ist durch und an der eigenen Eckfahne flext er, wen war es, weg? Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Flext ihn weg, will den Einwurf, kriegt den Einwurf und packt dann die Faust aus und jubelt richtig und dann kommt Anton noch her, geiler Typ. So, der Mittelstädt ist ein absoluter Mentalitätsspieler und der schmeißt sich in jeden Zweikampf, der pusht sich, der gibt Gas und darüber hinaus kann er auch noch kicken. Hat ein feines linkes Füßchen, bereitet das 1-0 mit dem freien Pass in den freien Raum auf Mio, mustergültig vor. Erinnerst du dich? Oben auf der Pressetribüne saß ich neben dir und ich habe gesagt, Mio, Mio, also quasi, Mittelstädt war am Ball, treibt den Ball vor. Ich sage Mio, Mio, weil ich sehe es ja von oben, da war eine riesen Lücke. Tolle Draufsicht, ja, ja. Und er sieht es auf dem Feld, was wirklich schwierig ist, das auf dem Feld zu sehen. Von oben, Pressetribüne sieht man es ja viel besser und spielt diesen Ball. Also Mittelstädt ist für mich gerade der Mann der Wochen und löst ein bisschen Seru Girasie ab. Du hast es angesprochen, der irgendwie, der hat wirklich auch gegen Bremen viele Chancen gehabt, mehr sogar als gestern noch. Macht dann trotzdem die Glocke, eiskalt, tunnelt Gregor Kobel. Ich behaupte mal, das war Absicht, weil er wusste, der Torwart kommt raus. Natürlich war es Absicht. Das ist ja auch Kobels Torwartspiel, er ist immer sehr breitbeinig unterwegs. Was er dann beim Silas Tor aber nicht gemacht hat, da war er dann nicht breitbeinig und dann hat Silas den Ball vorbeistüpseln können, weil der hat nämlich Kobel die Beine zumachen wollen, das habe ich gesehen. Aber zurück zu Mittelstädt. Wir haben natürlich auch Fabian Wohlgemuth angesprochen nach dem Spiel. Fabian, hau mal raus, wie siehst du deinen Linksverteidiger und das hat er gesagt. Er hat wieder heute ein Assist. Er hat wieder viele Zweikämpfe gewonnen und schon beim letzten Mal wird er eben immer stabiler und sicherer auf der Position und seine Spielweise wächst schon auch mit seinem Selbstfokus sein und das ist jetzt sein drittes Spiel in Folge von Anfang an und das hat sich sukzessive immer verbessert und ist stabiler geworden. Das war ja genau das Stichwort Stabilitätssaison. Das ist ja letzter Sommer, wir brauchen mehr Stabilität, mehr Reife, mehr Erwachsenheit in Anführungszeichen. Bringt er genau das mit? Ja, wie gesagt, war ja auch bei ihm ein Prozess. Das ist ja bei ihm von Spiel zu Spiel besser geworden und musste sich trotzdem dann auch ans Team gewöhnen, an die Mannschaft gewöhnen und jetzt ja, sehen wir Maxi Mittelstädt, wie wir ihn sehen wollen. Wohlgemuth sagt da meiner Meinung nach den Schlüsselsatz für die aktuelle Form. Er sagt es bezogen auf Maxi Mittelstädt, aber ich habe ihn danach auch gefragt und er hat es bestätigt, ob man das für das ganze Team sagen kann. Die Spielweise wächst mit dem Selbstvertrauen und genau das ist, was wir vorhin damit meinten, mit einer Mannschaft, der das gerade zu den Ohren rausläuft. Das ist einfach, du bist gut in die Saison gekommen, du hattest ein machbares Auftaktprogramm, alles gut, nimmst du mit und dann entsteht was. Dann hast du einen Seru Girassi, der überirdisch gut ist, dann fällt er dir aus, du verlierst zwar die Spiele, verlierst aber nicht dein gutes Gefühl, weil du in den beiden Spielen, also Hoffenheim und Heidenheim, trotzdem, also zumindest nicht so schlecht warst, dass du es verlieren musst. Und dann kommst du eben nach dieser Länderspielpause wieder rein, Siege in Frankfurt, Siege gegen Bremen, Siege im Pokal. Diese Mannschaft berauscht sich ein Stück weit aktuell an sich selbst und das ist genau das, was ich meinte, vorhin mit dieser Eigendynamik, die eben im negativen Fall, siehe Union Berlin, siehe VfB, die letzten fünf Jahre vermutlich, entstehen kann, so alle sind verunsichert, niemand weiß so recht, was funktioniert gerade, was funktioniert nicht, steckt, man steckt sich untereinander an und genau das Gegenteil sehen wir jetzt aktuell. Jeder weiß, ich kann mich auf meinen Nebenmann verlassen, die Innenverteidiger wissen, der Nübel steht hinten drin, die Sechser wissen, Alter, wenn ein langer Ball kommt, der Zagadou schädelt ihn sowieso weg, die Stürmer wissen, die Pässe kommen genau in Fuß, kommen perfekt in die Gasse, es passt einfach auf allen Ebenen und deshalb sehen wir, ich kann es ja jetzt schlecht vergleichen mit dem VfB, keine Ahnung, von vor 15 Jahren oder so, aber was ich definitiv sagen kann, der VfB in dieser Saison, 23, 24, spielt den besten Fußball, den ich je gesehen habe und ich mache es seit 2016, da war viel Kraut und Rüben dabei, natürlich, zweite Liga, Abstieg, ich habe sie noch nie so gut spielen sehen, das ist einfach so. Und einer, der eben profitiert davon, ist Maxi Mittelstädt und ist ja praktisch exemplarisch so, du hast ihn als Mentalitätsspieler bezeichnet, was sehr treffend ist, Bundesliga-erfahrener Spieler, haben wir auch schon öfters mal erwähnt, der hat schon, glaube ich, um die 150 Bundesliga-Spiele auf dem Buckel gehabt, als er nach Stuttgart kam und dennoch fragt sich ja jetzt manch einer so, Mensch, hatte der noch einen Zwillingsbruder, der da bei der Hertha gespielt hat vor einem Jahr, der kommt in diese Mannschaft rein, hatte Pech, hat ja eine Verletzung im Trainingslager gehabt, wäre deshalb eigentlich schon viel früher, glaube ich, in der Rolle, in der wir ihn jetzt sehen und er performt, er performt, er liefert, er stabilisiert die linke Seite, defensiv, er macht es aber nicht zulasten der Offensive. Also gestern fand ich gegen den BVB, war die linke Seite, seine Seite deutlich aktiver, als die Gegenseite mit Wagnermann, der, wie du ja richtig angemerkt hast, kein schlechtes Spiel gemacht hat, bitte nicht falsch verstehen, ich glaube, wir haben ihm eine 3 gegeben, sehr solide, alles gut, kommt ja auch aus einer Verletzung, braucht vielleicht noch ein bisschen, aber im Vergleich zum Mittelstädt, der so viele Impulse noch gibt für das Spiel nach vorne, geht es klar auf Seiten der linken Außenbahn sozusagen und toller Spieler, guter Spieler, klar im Kopf, klar in der Birne, merkt man auch, wenn man sich mit ihm unterhält, ich glaube, du hast auch noch O-Tönchen von ihm mit dabei, finde ich sehr, sehr sympathisch, sehr, es passt irgendwie so, ich hatte immer so das Gefühl, ja, das ist so ein Spieler, der ist nach dem Trainergeschmack, so ein bisschen auf den ersten Eindruck, ein bisschen ruhig, ein bisschen zurückhaltend, aber ganz klar in seinen Aktionen, technisch super sauber, taktisch sowieso, brauchst du dem nichts vormachen und wenn der dann gut in Form ist, wenn der fit ist, dann kann er eben solche Spiele abliefern, wie er es aktuell gegen Dortmund getan hat, gegen Bremen, davor schon in Frankfurt, bester Mann auf dem Platz, ich fand, fast die letzten drei Spiele war er immer eigentlich mit der Man of the Match. Dann hören wir uns doch mal an, was der junge Mann zu seiner eigenen Leistung sagt, wir haben ihn nach dem Spiel auch in der Pressekonferenz, in der Mixzone, haben wir ihn abgegrätscht, mal hören, was er zu sich selber sagt. Ich bin, glaube ich, das dritte Mal in Folge von Anfang an gespielt, spielst du dich immer mehr fest, machst richtig gute Spiele, auch heute wieder, wie schätzt du deine persönliche Entwicklung ein? Fabian Wohlgemund meinte gerade, du bist immer stabiler, findest dich immer besser zurecht, deine Leistungskurve geht nach oben, wie siehst du es? Ja, ich fühle mich sehr, sehr wohl, habe ich schon immer gesagt, schon direkt am Anfang. Klar ist es für mich gut, wenn man in den Rhythmus kommt, viele Spiele spielt, auch von Anfang an. Es ist immer besser natürlich, wenn man viele Spiele am Stück spielt. Und ja, jetzt aktuell fühle ich mich wohl und habe Freude am Fußballspielen, habe Freude, mit dieser Mannschaft zu spielen und ich glaube, das sieht man dann auch auf dem Platz. Genau das ist es, kann ich nichts hinzufügen, oder? Das sieht man auf dem Platz, die Leute sind, da war ja gestern auch wieder, also Thema Stimmung in Stuttgart ist ja sowieso ein Dauerbrenner, aber es gibt immer noch mal diese Highlight-Spiele und gestern war so ein Highlight-Spiel, Flutlicht, es knistert und dann, als es dann mal 2-0 stand, also ich weiß nicht, wie dein Eindruck war, aber das war ein Schaulaufen. Als die dann mal da diese Passstaffette haben laufen lassen und das ganze Stadion bei jedem angekommen ist, war so, hey, hey, das ist ja die größtmögliche Demütigung für Borussia Dortmund, das ist immerhin der Vizemeister. Das ist der Vizemeister, der gerade in der Champions League bei der AC Milan 2-0 gewonnen hat und die ziehen die am Ring durch die Manege einmal irre. Die sind hops genommen worden. Die sind absolut hops genommen worden und das ist genau das, was Mittelstadt meint, diese Mannschaft hat auch Bock zu kicken. Dieser aktive Ansatz, Ballbesitzfußball unter Hoeneß, wir haben da schon auch so oft drüber gesprochen, diese De Serbi-Schule, dieses Aufbauspiel, dieses Pressing, also ich, ja, für mich aktuell und deswegen freue ich mich auch so auf den Sonntag schon mal als kleiner Vorgriff, Leverkusen gegen Stuttgart, das ist das Beste fußballerisch, was der deutsche Fußball aktuell zu bieten hat und aus Dortmund kann mir niemand widersprechen, aus München, ja gut, ignorieren wir. So, machen wir es. Danny, wir sind ja gerade am Schwärmen und ich will es überhaupt nicht unterbinden, aber wir müssen ein bisschen Wasser in den Wein schütten, wir müssen auch ein bisschen kritisch werden, aber nur wie bei einer guten Schorle so. Aber nur, nur genau, ein süßer Schwurzel. Noch nicht zu viel. Genau, nee, wir müssen über eine Sache sprechen, du hast gesagt, sie haben richtig Bock und sie haben Dortmund hergespielt, ja, aber, es hätte auch anders ausgehen können, du hast dieses Tor, dieses 1 zu 1 durch den BVB, da waren sie unachtsam, da kam dieser blöde Abpraller, dieser Querschläger von Mittelstadt, kam genau bei Füllkrug raus und wenn Beino Gittens nicht so vollkommen verblödet wäre und nicht im Vollsprint da parallel noch mitrennt, der kann einfach stehen bleiben. Also, Beino Gittens ist ja völlig frei. Voll blöd, weil es war ja schon knapp. Ja, aber ein kluger Stürmer lässt sich zurückfallen, damit er nicht im Abseits steht. Ist ja wurscht. Dann steht es da 1 zu 1. Und warum steht es 1 zu 1? Weil der VfB es verpasst hat, seine Chancen zu nutzen. Und das bringt diese ganzen letzten Spiele auch mit Eintracht Frankfurt, vor allem aber mit Werder Bremen, bringt es in den Einklang. Die Chancenverwertung. Und da müssen wir auch über die Doppelspitze sprechen, Danny. Der VfB hätte gegen den BVB oder hätte den BVB fast ins Spiel zurückkommen lassen durch dieses 1 zu 1. Es gab ja auch in der ersten Halbzeit einen Lattenkracher. Von Sabitzer war es, glaube ich. Das waren aber auch die einzigen Chancen von Dortmund. Aber diese eine Chance in der zweiten Halbzeit, dieses 1 zu 1, hätte gereicht, um das Spiel vielleicht zu kippen. Was völlig unnötig war, weil Mio, glaube ich, eine Minute vorher... Aber mal ehrlich, glaubst du, es wäre gekippt? Weiß ich nicht. Also hypothetische Diskussion? Keine Ahnung. Ich glaube schon. Ich glaube nicht. Doch. Weil Dortmund dann nochmal kommen muss. Ich weiß nicht, ob es gekippt wäre, Danny. Keine Ahnung. Ich glaube, dass diese Mannschaft es weggesteckt hätte. Aber brauchen wir nicht diskutieren. Genau. Hätte, hätte, Fahrradkette. Lothar, bist du es? Ja, ja. Wobei es mir eigentlich... Ich bin eher Didi Hamann. Wobei es mir eigentlich darum geht, zu sagen, der VfB hätte die Dortmunder fast ins Spiel zurückkommen lassen durch diese Chancenverwertung. Wenn wir uns das Spiel gestern anschauen. Erste Halbzeit, fand ich, hatten sie viele Aktionen im letzten Drittel, die unsauber zu Ende gespielt waren. Das hat ja auch Fabian Wohlgemuth gesagt, hier im O-Ton, den wir eingespielt haben. Das hätte besser sein können. Wir hätten schon mehr mitnehmen müssen. Zweite Halbzeit, auch wieder Serou, wird schön freigespielt. Scheitert an Kobel. Dann Enzo Mio wird... Also, der Pass von Serou, dieser Steckpass auf Mio, der war super sexy. Also, das hätte das Tor wirklich verdient gehabt. Mio steht eigentlich völlig frei, kommt von rechts als Linksfuß, kann den Ball ins lange Eck legen, scheitert, schließt zentral ab, schießt quasi Kobel ab. Der kann gar nichts machen, der wird abgeschossen. Also, da waren wirklich eine Vielzahl an Torschancen da. Auch am Ende des Spiels, diese Kontersituation. Muss ich da mal 4 gegen 1 laufen. 4 gegen 1 und vergeiern. Also, ich finde, und es ist wirklich auch Mäkeln auf hohem Niveau, aber die Chancenverwertung ist ausbaufähig und es liegt vielleicht auch daran, dass Serou Girasie so ein bisschen vom Außerirdischen wieder zum Normalsterblichen wird. Was ich glaube, dass der Sebastian Hoeneß ganz froh ist, dass es so ist. Weil, drehe es immer um, wenn diese Mannschaft jetzt noch effektiv wäre vor dem gegnerischen Tor, dann wären die vermutlich Tabellenführer und hätten den BVB abgeschossen, Bremen abgeschossen, Frankfurt abgeschossen. Also, man muss immer wieder so ein, ich gehe voll mit, du hast ja recht, die Chancenauswertung ist schlecht gewesen. und dennoch einen Schritt zurücktreten, die zocken so geil und gegen Bremen fand ich was noch krasser als gegen den BVB, so dieses ein Schleifchen zu viel, nochmal ein Schlenker zu viel, dieser doppelte Doppelpass gegen Bremen, Undaf gegen Girasie, zack, 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 also ein Träumchen. Aber, jetzt, also wenn die auch noch diese Kaltschnäuzigkeit hätten, was sie ja irgendwie dann, also ich meine, Girasie hat ja trotzdem bald 20 Saisontore gemacht, das ist auf so hohem Niveau und wir müssen immer wieder sehen, wo wir herkommen, dass die sich so eine surreale Anzahl an Torchancen rausspielen, dass sie sich das erlauben können, so verschwenderisch zu sein. Das ist ja das Absurde. Also, ich will das hier gar nicht schlecht, also, mir geht es nicht darum, das schlecht zu reden, sondern einfach Leute, Es ist auch wichtig, das anzusprechen. Und deswegen meinte ich, dass der Trainer einfach, glaube ich, froh ist, weil er dann immer wieder sagen kann, Leute, pass mal auf, habt ihr die Szene gesehen? Entschuldigung, ich habe einen Gutzel im Mund. Bein und Gittens, ähm, da könnte es kippen. Da kannst du der Mannschaft glaubhaft sagen, du kannst ja nicht nur kommen in die Spielbesprechung und sagen, ja Mensch, ihr seid die Geilsten, so, das wisst ihr selber, sondern du brauchst genau diese Momente, dass du in der Videoanalyse, die sie vermutlich jetzt gerade machen, während wir hier auch podcasten, dass du sagen kannst, hier, guck mal an, da waren wir aber nicht gut gestaffelt oder hier im Abschluss, das hätten wir besser machen können oder Halbzeit 1, Boxbesetzung war oft nicht gut, so, dass du einfach immer weiter Themen hast, an denen du glaubhaft arbeiten kannst, ohne dass es so gekünstelt wirkt, so nach dem Motto, wow, jetzt haben wir aber 5-0 gewonnen, aber unsere Chancenauswertung, so, also, mir geht es aber trotzdem darum, das einfach mal anzusprechen und auch über diese Doppelspitze zu sprechen, weil ich finde, die waren nicht ganz so effektiv wie gegen Bremen, ich finde, gegen Bremen waren noch eine Vielzahl an Hochkarätern mehr da, da hast du recht, aber ich finde, gegen Dortmund, die hatten halt keinen Hummels, ja, ja, Hummels und Schlotterbeck ist jetzt auch nicht so das Schlechteste, was der deutsche Fußball zu bieten hat, in der IV hinten drin, ich glaube, der VfB muss ich mit Anton Zagadou da nicht verstecken, also, was so diese Innenverteidiger-Duos angeht, da steht der VfB ganz oben, würde ich mal behaupten, aber mir hat da ein Mio gefehlt im Zentrum, ich habe das ja auch im Podcast letzte Woche schon angesprochen, ich würde gerne wieder Mio auf der 10 sehen, im Zentrum, wir haben ja jetzt Mio auf der rechten Seite gesehen, als Linksfuß, dass er reinziehen kann, Chris Führig, der Gegenpart, auf Links als Rechtsfuß, auch dass er reinziehen kann, also, das hat für mich dann aus Trainer-Sicht natürlich schon Sinn ergeben, aber ich sehe sie lieber im 4-2-3-1, Danny, ich finde diese Doppelspitze mit Girasie und Undaf, finde ich too much, ich finde, man sieht schon, dass Undaf sich extrem viel nach hinten fallen lässt, der ist ja fast ein 10er, ist ja qual, aber ich würde da lieber Mio sehen, ja, das finde ich auch absolut legitim, und dennoch kann ich verstehen, dass du dieses Element, du schickst Girasie und Undaf auf so eine Abwehrreihe los, das ist ja auch mal ein Statement, genauso wie es ein Statement war, dass Terzic Reus, Füllkrug und Mahlen auf die Bank setzt, so, also, das ist so der Aspekt, den ich super verstehen kann und deswegen mein Text nach Bremen war, glaube ich, auch so, Hoeneß hat das erkannt und so das Visier hochgeklappt und gib ihn und voll drauf und dann hat es halt geknallt und ich teile deinen Eindruck, dass es gegen Bremen besser funktioniert hat als gegen den BVB, aber ich glaube, es lag wirklich an Werder Bremen, weil da, das ist halt einfach ein anderes Niveau der Innenverteidiger, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber das ist ein Fakt, so, also Hummels hat da gestern einfach noch viel, viel verhindert, zusammen mit Schlotterbeck und Kobel und deshalb, ich glaube, es ist halt einfach auch hier ein absolutes Luxus-Thema, dass du sagen kannst, ey, wir haben zwei Stürmer in Topform, zwei, andere Teams sind froh, wenn sie einen haben, der ab und zu mal trifft, oder einen halben, oder einen halben nur und dann lässt du sie entweder zusammen drauf los oder du switchst mal, lässt unterstarten und bringst Gerasi in Halbzeit zwei, wenn die Abwehr ein bisschen müde ist, umgekehrt geht es genauso, was willst du denn mehr als Trainer? Ich wüsste es nicht, zumindest im Offensivbereich. Nö, oder sind wir schon beim Thema Trainer, Julian Nagelsmann. Oh ja, der Bundes, was habe ich gesagt, Bundesjuli, Bundesjogi hatte ich vorhin, glaube ich, mal gesagt. Der Bundesjuli, das klingt eher wie so ein Lied von der Band Juli, aber, ähm, was will man mehr aus VfB-Sicht als eine Doppelspitze mit dem Namen Undaf Gerasi und was will man mehr aus DFB-Trainer? Das wollte ich noch sagen, Süddeutsche Zeitung, du weißt ja, bin großer Christoph Knärfern, der hat am Montag geschrieben das magische Zweieck. Das magische Zweieck? Genial, oder? In Anspielung auf das magische Dreieck. So ist es. Ja, soweit würde ich jetzt noch nicht gehen, wir sind ja erst eine Hälfte in der Saison, aber schön, ja, sehr schön aus Journalistensicht. Du hast gerade gesagt, was will der VfB, jetzt muss ich wieder meine Einleitung gestalten. Entschuldigung, aber das ist mir gerade eingefallen und Christoph, ganz liebe Grüße, falls du uns hörst. Okay, ich fange nochmal an. Also, du hast gerade gesagt, was will der VfB mehr als Gerasi-Undaf? Was will unser Bundesjuli mehr als ein Undaf im Sturm vorne drin? Und das war natürlich auch gestern ein Thema, wir sitzen da oder stehen in dieser Mixzone, sitzen danach auf der Pressekonferenz. Natürlich ging es auch um das Thema Nationalmannschaft, weil der VfB hat de facto ein paar Spieler, die sehr, sehr spannend sind. Es sind de facto drei Namen, Dennis Undaf, Sturm, Waldemar Anton, IV, Chris Führig, der schon berufen wurde. Ich bringe jetzt noch einen vierten Namen rein, Maximilian Mittelstädt, Linksverteidiger. Wenn Kai Havertz im Nationalmannschaftsteam links hinten spielen muss, dann hat Deutschland wohl ein LV-Problem. Das könnte Mittelstädt schließen, diese Lücke, aber bleiben wir mal bei Dennis Undaf. Danny, Julian Nagelsmann saß im Stadion, hat Dennis Undaf gesehen, finde ich nicht sein bestes Spiel. Er war bemüht, war viel unterwegs, aber die Chance, dass der junge Mann, so jung ist er gar nicht mehr, ich glaube 27, dass der bei der EM dabei ist, ist glaube ich ziemlich groß, weil er hat sich gestern bei Sky auch bekannt am Mikro, er wird für Deutschland spielen, oder? Das ist ja auch nochmal so ein schöner Wink, so nach dem Motto, ich könnte mich ja, also er kann ja theoretisch auch für die Türkei spielen, weil er noch kein A-Länderspiel gemacht hat. und ich finde, du hast recht, natürlich, alle von dir genannten Spieler sind potenzielle Kandidaten oder wurden auch schon berufen und ich habe aber das Gefühl, die Nationalmannschaft weiß noch gar nicht so recht, was sie eigentlich will und solange sie das nicht geklärt haben und wir sind ein halbes Jahr vor dem Turnier, haben glaube ich nur zwei Testspiele, so langsam sollte man das eigentlich mal wissen und das betont auch der Fabian Wohlgemuth immer, wenn wir ihn danach fragen, so, ich weiß doch gar nicht, wie der kicken will und solange das nicht geklärt ist, ist die Entscheidung, ob du da Anton, Under, Führig, vielleicht sogar Mittelstädt mit dazu nimmst, kannst du die natürlich nicht treffen. Fakt ist, alle von dir genannten sind in absoluter Topform und in der Regel ist es so, dass die Spieler, die gerade einen Peak haben, auch für die Nationalmannschaft spielen sollen. Das hatten wir jahrelang unter Löw nicht, da gab es einen eingespielten Haufen, der hat halt immer gekickt, die jetzt gut drauf waren oder nicht, das spielte keine Rolle. Da hat Nagelsmann, das ist ja einer der wenigen positiven Aspekte, schon mal für frischen Wind gesorgt. Das heißt, Spieler, die gut performen, haben auch die Chance, dann berufen zu werden und das ist ja positiv für den VfB, weil die Schwaben sind die Überraschungsmannschaft der Liga. Dazu spielt die deutsche Mannschaft in Stuttgart, jetzt ist ja auch klar, dass sie gegen Ungarn spielen werden, ist ja vielleicht auch nochmal so ein kleiner Faktor und ich bin mal sehr gespannt, weil du hast es angesprochen, Havertz, LV und vorne drin, wer macht es da eigentlich? Keine Ahnung. Das Spiel gegen Dortmund war ja auch in gewisser Weise auf vielen Positionen so ein bisschen so ein Duell um die Nationalmannschaft, also Innenverteidiger, Anton versus Schlotterbeck, Hummels zum Beispiel. Das hat Hummels gewonnen? Vorne drin, Undaf versus Füllgrub. Das hat Undaf gewonnen? Das hat Undaf gewonnen. Also ja, es ist noch eine Weile hin, kann viel passieren, Stichwort Verletzungen, Stichwort, die Form passt nicht mehr, Stichwort, der Bundestrainer entscheidet sich für was ganz Wildes, was ich nicht ausschließen würde bei Julian Nagelsmann, aber Fakt ist, das Quartett, das der VfB da hat, die Performen, wenn jetzt die Nominierungsphase wäre, wenn jetzt am Wochenende Länderspiele anstehen würden, da würde ich mal zumindest die Herren Anton und Führig nominieren. Undaf nicht? Guck mal an, wen wir da vorne drin alles haben. Also da kommt, da ist jetzt dann wirklich so die Frage, willst du eher mit den ganzen Zockern, willst du da mit Musiala, mit Gnabry, mit Sané und so weiter, also. Aber das sind doch alles keine Stürmer, oder? Ja, aber dann hast du Füllgrub, der ein anderes Profil hat als Undaf, also ich finde es ein bisschen hypothetisch. Fakt ist, der Undaf ist gut, der Undaf kann zocken, du kannst ihn sicherlich in diese Mannschaft reinschmeißen, aber um das jetzt irgendwie zu prognostizieren, das traue ich mich einfach nicht, weil mir ist nicht klar, weißt du, wie die Nationalmannschaft spielen will? Ich habe keine Ahnung, ich habe die gegen Österreich kicken sehen und dachte so, ja, die wissen es selber auch nicht. Ja, nee, ich weiß es natürlich auch nicht, aber was ich mich da gestern auch gefragt habe, ich meine, es war ja uns dann klar auf der Pressetribüne, dass Julian Lagesmann da ist, ich finde, ich habe dann gedacht gestern auf der Pressetribüne, kurz stell dir vor, ich wäre jetzt Spieler da unten, wäre ich nicht, weil ich zwei linke Füße habe, aber nur theoretisch, was wäre, wenn, dann habe ich mir das überlegt und dachte so, ey, das ist doch krass, oder? Ich meine, du stehst hier im Achtelfinale, DFB-Pokal, du zockst hier vor 52.000 Zuschauern, dann hockt auch noch der Bundestrainer oben, da wirst du doch langsam mal zappelig, oder? Also so aus Spielersicht, aber ich glaube, das ist so ein, also glaubst du nicht, dass das ein bisschen ein Journalistenthema ist, weil der Bundestrainer guckt doch die Spiele so oder so, ob er jetzt im Stadion sitzt oder ob er sich auf, wo kam es, ZDF oder sonst wo, reinzieht, also, und deswegen kommt jetzt ein O-Ton von Waldemar Anton, du hast mir schon wieder meine Überleitung kaputt gemacht hier, also heute wirklich, heute ist der Störer, aber jetzt mal, nee, nur so, weißt du, ob der das jetzt im Stadion guckt oder daheim, also die wissen doch, wir sind gerade gut und der Bundestrainer wird es sicherlich anschauen, also was ist der Unterschied, klar, im Stadion sieht man nochmal ein bisschen anders und ist ja auch immer so ein Signal, oh, der Bundestrainer kommt, darum geht es ja, aber so in der Sache, ja natürlich. Aber es geht ja nicht um die Sache hier, oder es ist ja ein psychologischer Effekt, als Spieler, du weißt, natürlich, also wahrscheinlich, klar weiß Chris Führig, dass jedes meiner Spiele von dem Bundestrainer irgendwie noch auf Highlights oder so steht. Das meinte ich. Aber wenn der im Stadion sitzt, hat das ja eine ganz andere Botschaft, also, der saß jetzt nicht gestern in Saarbrücken im Stadion, der Bundesjuli, der saß halt in Stuttgart, ich meine klar, Stuttgart BVB, aber der saß natürlich auch da, um die VfB-Spieler sich mal live vor Ort anzuschauen. Das stimmt natürlich, dass es ein Signal ist, aber ich glaube halt nicht, dass es ein Spieler vom VfB jetzt irgendwie nervös macht, weil sie denkt, oh Gott, oh Gott, jetzt guckt der mich an. Und dazu kommt, sie wussten es sowieso nicht, dass er da ist, deswegen hören wir uns jetzt einen O-Ton von Waldemar Anton an, den ich in der Mixzone gefragt habe, Waldi, erzähl mal, wusstest du eigentlich, dass der Bundesjuli im Stadion sitzt? Natürlich so nicht. Also ja, ich habe es vorher gehört in den anderen Interviews. Ich glaube, der hat ein sehr, sehr schönes Spiel gesehen heute. Auch von dir persönlich, ich meine, hast du ja auch vielleicht noch Chancen auf die EM mitzufahren dann? Du hast es vor dem Spiel aber nicht gewusst. Nee, vor dem Spiel nicht. Ich bin einfach ein Typ, der immer 100 Prozent gibt. Wenn es am Ende dann reicht, muss der Bundestrainer entscheiden, aber wie gesagt, ich bin froh, dass es aktuell bei uns so gut läuft, da profitiert dann jeder von. Also siehst du, keiner hat gewusst, dass der Bundesjuli da ist im Stadion. Niemand hat den Plan davon, vielleicht sogar besser aus VfB-Sicht. Also ich, ich meine, ich bin auch kein Profi, ich würde nervös werden, wenn ich weiß, da sitzt einer, der mich jetzt ganz genau hier live beobachtet. Ich würde es ein bisschen zappelig machen. Ich glaube, den Jungs ist es eigentlich relativ schnuppe, oder? Ich hoffe doch, weil eigentlich darf es keine Rolle spielen. Das sind Profifußballer, also vielleicht ist das mal... Das sind aber auch Menschen, hallo, das sind auch Menschen. Die wissen doch, was sie können und die wissen, dass sie auf dem Schirm sind und ob der dann da oben auf der Tribüne hockt oder so. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es eine große Rolle gespielt hätte, wenn Waldemar Antoni jetzt vor dem Anpfiff noch gesagt bekommen hätte, du übrigens der Bundestrainer ist heute. Glaubst du nicht? Ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass der dann auf einmal, oh Gott, oh Gott, oh Gott, auf den Platz geht. So nicht, aber der sagt dann schon, Alter, heute ist der Bundestrainer da, ich habe noch eine Chance auf die EM, heute gebe ich besonders Gas. Vielleicht ist es so, vielleicht bin ich da zu rational und denke mir einfach nur so, ja, die machen halt ihren Job. Du hast doch jetzt gerade hier diesen VfB-Höhenflug auch nicht nur rational erklärt. Ja, ja. Es gibt auch so ein Stichwort Psychologie. Vielleicht ist es so. Das ist ein Riesenthema im Fußball. Ich glaube schon, dass das was ausmacht. Deswegen, ich fand es einfach spannend, noch dieses Thema hier im Podcast zu thematisieren, weil so, wie denken die Spieler, weißt du, wie rechnen die damit, planen die damit, wissen die, Aber sie geben dann halt einfach 100 Prozent. Aber sie geben natürlich, der Waldi hat gesagt, ich bin ein Typ, ich gebe über 100 Prozent und also ja, das muss er ja sagen, was soll er sonst sagen. Aber ich habe Maxi Mittelschett auch gefragt, natürlich so, oder war es ich, keine Ahnung, der Bundestrainer war heute da, hast du das gewusst? Nö, hat er nicht gewusst. Also wir waren die Ersten, die ihm signalisiert haben, dass der da war und der Kollege hat die dann auch gefragt, so, schon cool, Man of the Match zu werden vor dem Bundestrainer, oder? Und da meinte er so, ja, gibt es Schlimmeres. Also, ich glaube, für die ist das gar kein großes Thema und wahrscheinlich sogar besser aus ihrer Perspektive und wir haben dann, glaube ich, auch, haben wir Mittelstädt gefragt oder so? Ich bin mir nicht mehr sicher, so mit dem Motto, wäre was für die Nationalmannschaft. Da meinte er so, das müsst ihr am besten bewerten. Wir müssen das bewerten. Als Journalisten, weißt du, ist ja so, als Journalisten, wir schreiben ja, ob der einer für die Nationalmannschaft ist oder nicht. Das sagt der ja selber. Aber das spielt ja letztlich keine Rolle, weil der Bundestrainer das entscheidet, ob wir jetzt schreiben, der ist einer für die Nationalmannschaft. Ich hoffe nicht, dass es Julian Nagelsmann davon abhängig macht. Julian Nagelsmann, ich sag's dir, Mittelstädt. Anton statt Thomas. Mittelstädt links hinten, Traum. Nein, mir war das einfach nochmal wichtig, das hier auf den Tisch zu packen. Ja, es ist ja auch ein großes Thema und ich will es auch nicht malig machen oder so. Ich bin nur wirklich gespannt und wer die, ich sag wieder, wer die Nationalmannschaft aktuell spielen, natürlich ist es eine Ehre, um da berufen zu werden, aber braucht man nicht unbedingt. Aktuell weiß ich auch nicht so recht, ob du da, ja, aber Danny, schauen wir mal nach vorne. Der VfB hat jetzt hier gestern im Achtelfinale 2 zu 0 gewonnen. Jetzt steht das Viertelfinale an, am Sonntag ist Auslosung abends, das Spiel wird ausgelost, nach dem VfB-Spiel, also ihr könnt euch ganz gemütlich das Leverkusen-Heimspiel reinpfeifen, könnt heimfahren oder noch weiterfahren und euch was anderes reinpfeifen und dann schön die Auslosung anschauen. Der VfB hat die größten Chancen der letzten Jahre, ich meine, letzte Saison war es ja schon das Halbfinale, jetzt, wer ist denn noch im Pokalwettbewerb, Danny? Gladbach, Leverkusen, Stuttgart? Das sind die drei Erstligisten, dann kommt die zweite Liga, Hertha ist mit dabei, Pauli ist mit dabei, Lautern ist mit dabei, Saarbrücken, Nummer sieben, Saarbrücken, dann wäre es der achte, dritte Liga oder Saarbrücken? Boah, der achte ist, ich weiß es nicht, keine Ahnung, bin auch gerade überfragt, ist ja egal, auf jeden Fall, ja, die großen Brocken sind raus, Bayern ist raus, Dortmund ist raus, Leipzig ist raus, aber wobei der größte Brocken gerade noch drin ist, in der aktuellen Verfassung, ja, also so ein Auswärtsspiel im Viertelfinale in Leverkusen, in der Bayern, aber mit ein bisschen Losgerück kriegst du jetzt im Viertelfinale, das ist ja dann, glaube ich, Ende Januar, Anfang Februar steig, kriegst du dann halt ein Heimspiel gegen St. Pauli oder Kaiserslautern, so und dann, oder Saarbrücken, oder Saarbrücken, so, das darfst du alles nicht unterschätzen, das wissen wir, aber dass du dann in den Spielen als klarer Favorit reingehst, ist auch klar und dass die Chance groß ist, wieder ins Halbfinale einzuziehen, liegt auf der Hand, ich glaube, Fabian Wohlgemuth hat auch ein bisschen gerechnet in der Mixzone gestern mit uns, wie war es, irgendwie 12,5% Chance, dass wir jetzt den Titel holen, so, ja, absolut, Pokalsaisons in der vergangenen Zeit. Weißt du noch, wie wir letzten Sommer überlegt haben, wie wir das hinbekommen, sollten die ins Pokalfinale kommen? Oh ja, stimmt, mit Urlaubsplanung und allem. Und der VfB spielt vermutlich Relegation, dann wäre ja quasi mitten in der Relegation, zwischen der Relegation wäre das Pokalfinale gewesen. Und da gar nicht mehr in Südfrankreich im Urlaub. Und du warst weg, ich hätte alles allein machen müssen. Bin nächstes Jahr auch wieder weg in der Zeit. Wenn es klappt. Da hat Fabian Wohlgemuth ja gesagt gestern, da waren wir eigentlich ganz froh, letztes Jahr, dass wir nicht ins Pokalfinale gekommen sind. Dieses Jahr sind die Chancen ja ganz groß, ins Pokalfinale zu kommen. Außer man kriegt jetzt wirklich Bayer Leverkusen auswärts in der Bayer Arena. Wir haben natürlich auch Maximilian Mittelstädt in der Mixzone gefragt. Pokalfinale, nach Berlin, du bist geborener Berliner, wäre schon ziemlich geil, oder? Hören wir mal rein, was Maximilian Mittelstädt sagt, wie die Chancen des VfB sind, ins Pokalfinale einzuziehen. Und dann würde ich gerne auch eure Meinung danach wissen. Was glaubt ihr, schafft der VfB ins Pokalfinale? Wie weit kommt der VfB im DFB-Pokal? Schreibt es uns bitte in die Kommentare. Aber hören wir erstmal den Linksverteidiger des VfB Stuttgart. Träumen darf man. Für mich als Berliner wäre es natürlich noch mal was noch mehr Besonderes. Es ist ein großer Traum von mir, natürlich irgendwann mal das DFB-Pokalfinale in Berlin zu spielen. Ich glaube, heute haben wir einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Und ja, jetzt schauen wir, wer unser nächster Gegner ist und schauen jetzt von Spiel zu Spiel natürlich. Aber klar, träumen darf man. Und mein Traum ist es, im Olympiastabio das Finale zu spielen. Träumen darf man. Vielleicht spielt er ja erst einmal das Viertelfinale im Olympiastadion. Könnte ja auch sein. Gegen die Hertha, das hättest du natürlich. Aber er sagt, wir haben einen großen Schritt heute gemacht. Und ich glaube, das weiß die Mannschaft auch. Der VfB hat es geschafft, neben Leverkusen wahrscheinlich den zweiten größten Big Player aus dem Pokal rauszuschmeißen. Borussia Dortmund. Jetzt ist er der VfB der zweite große Big Player. Also ich glaube, die anderen Mannschaften, ich glaube, Bayer Leverkusen will nicht unbedingt auch in Stuttgart spielen im DFB-Pokal. Die wünschen sich dieses Los auch nicht unbedingt. Also da sind große Chancen, dass der VfB weit kommt im Pokal. Ich habe euch ja gerade schon um eure Meinung gebeten. Würde mich freuen, was ihr dazu sagt. Und Danny, hast du eigentlich noch irgendwas aus dem Blog Bremen Dortmund? Ist da irgendwas offen? Wir haben jetzt schon wieder gefühlt eine Ewigkeit über das Spiel gesprochen. Ist es noch? Wir könnten das wenig sportliche Thema kurz vorziehen, weil wir ja über die Polizeithematik letzte Woche auch ausführlich gesprochen haben. Da brauchen wir es nachher nicht machen. Aber es passt ja hier rein, weil im Vorfeld dieser beiden Heimspiele erinnert euch, Auseinandersetzung beziehungsweise Konflikt, Polizei, Ultraszene, da ist es ruhig geblieben. Bei beiden Spielen keine Vorfälle, zumindest uns nichts bekannt geworden. Wir haben diese Situation nochmal in aller Detailschärfe aufgearbeitet. Machen das jetzt nicht hier im Podcast. Ich habe einen Text dazu geschrieben, der ist lang geworden. Aber wenn es euch interessiert, lest rein. Ich hänge es euch in die Shownotes. die Kurzfassung ist, angespannte Situation, wie kriegen wir da Druck vom Kessel? Beide Seiten, meiner Meinung nach vor allem eine Seite, nämlich die der Polizei, sollte mal gewisse Einsatzstrategien und Kommunikationswege hinterfragen. Aber das vielleicht noch um diesen Block dieser beiden Spiele eben abzurunden, weil eben zweimal Heimspiel, zweimal Ausverkauf, zweimal die Thematik der stille Protest der Ultras vor dem Bremen-Spiel, die, finde ich, eine gute Protestform gewählt haben, um auf das Thema nochmal aufmerksam zu machen, ohne eben jetzt irgendwie lautstark zu sein. Das können wir jetzt da hinten aus dem Block rausstreichen und das haben wir hiermit getan. Wie gesagt, ich packe es in die Shownotes. Emotionales Thema haben wir auch gemerkt an den Reaktionen von der letzten Woche, weil wir da ja auch ein bisschen scharf diskutiert haben, ich scharf positionbezogen habe, da ausdrücklich danke für. Das waren gute Mails, die reinkamen, die haben uns zwar teilweise kritisiert, aber alles im Ton sauber und war ein guter Austausch, gute Auseinandersetzung so sollte es sein, macht es gerne fleißig weiter. Genau, und wir machen jetzt auch weiter und gucken voran, Danny, du bist ja jetzt quasi drei Spiele komplett im Einsatz, du hast Bremen Heimspiel gemacht, jetzt gestern haben wir beide quasi Dortmund Heimspiel gemacht und jetzt am Sonntag das absolute Top-Spiel, der VfB trifft zu Hause auf Bayer Leverkusen. Leverkusen. Die Creme der La... Wirst du eigentlich auf der Pressekonferenz am Sonntag dann, wirst du Kalle, Kallmund, wirst du den imitieren mit deiner Stimme? Nein, natürlich nicht, aber das wäre, das ist ein richtiger lecker Schmecker, das schmeckt auch dem Kalli. Das schmeckt dem Kalli auch, Übrigens mein Traum, ich würde mal gerne einen Podcast mit Rainer Kallmund aufzeichnen, falls er zuhört, fühl dich eingeladen. Soll nicht heißen, dass ich ihn nicht mag, aber einfach, Kalli, hallo, schön, dass du da bist, sag doch mal was, zack, eine Stunde gefüllt. Ja, da ist schon eine Stunde rum. Nein, ich rede nicht so viel wie Kalli, ich rede schon auch ein bisschen viel. Das schafft niemand so viel. Aber das schafft niemand so viel. Aber wir schauen auf dieses Duell, Danny. Es war natürlich gestern auch Thema, jetzt kommt der Tabellenführer, der ungeschlagene Tabellenführer in dieser bisherigen Saison. Bayer Leverkusen, die für mich, du musst ja eigentlich den VfB da fast, also tut mir leid, VfB, dass es gerade Bayer Leverkusen gibt, weil sonst wäre der VfB die Mannschaft der Stunde, aber es ist Bayer Leverkusen. Ich finde, was die für ein Fußball spielen, das ist nochmal ein Stück geiler als das, was der VfB spielt. Ich finde, die Mannschaft von Xabi Alonso, die macht pervers Bock. Es macht richtig Spaß, dieser Mannschaft beim Fußballspielen zuzuschauen. Ich finde, die haben mit dem Stürmer Boniface, haben die eigentlich den spannendsten Stürmer der Bundesliga. Seru Gerasi ist der mit Kane der treffsicherste. Aber ich finde, das Profil des Boniface mitbringt, dieses Lukaku eigentlich vom Körperbau, vom Tempo her, aber dann doch auch filigran, abschlussstark wie Benzema. Also, der ist so ein Gesamtpaket, der kann richtig weltklasse Stürmer werden, Boniface, mit Wirtz dann dahinter auf der 10. Die haben so geile Spieler, Fring Pong über die Flügel. Das ist so eine geile Mannschaft und ich beneide dich, dass du dieses Spiel machen wirst am Sonntag. Ich freue mich auch richtig. Ich hätte es gerne gemacht, aber ich habe Wochenenddienst hier vom ZVW, also ich bin im Bereitschaftsdienst, also baut bitte im Rems Muckais keinen Scheiß. Dann kann der Simi in Rode das Spiel gucken. Damit ich am Sonntag auch noch in Ruhe nebenher, neben meinem Dienst das Spiel schauen kann, während du im Stadion bist, Danny. Das wird ein richtiger Leckerbissen. Und weißt du, worauf ich mich so freue? Ich hatte als Kind so ein gefaktes Türkei-Liverpool-Trikot mit Xabi Alonso hinten drauf. Das war so ein geiler Kicker. Das war so ein geiler Kicker und man sieht es ja jetzt auch. Da ist ja auch das Positivbeispiel, was ein Trainer bei einer Mannschaft bewirken kann. Die spielen ja auch so einen geilen Ballbesitzfußball. Und das ist halt Xabi Alonso-Handschrift. Und wenn man da manchmal diese, hast du vielleicht auch mal gesehen, diese Snippets aus dem Training, wie der in Trainingseinheiten mitmischt. Nichts gegen Sebastian Hoeneß, aber der hatte ja so die unterklassigere Karriere. Aber wenn Xabi Alonso auf dem Trainingsplatz steht, da denkst du halt so, der könnte vermutlich in zwei Drittel aller Bundesligamannschaften noch einen Sechser spielen. Und es würde nicht negativ auffallen, im Gegenteil, vermutlich sogar eher. Ganz geile Truppe, du hast alles gesagt. Tolle Einzelkönner, funktionieren als Kollektiv, haben auch diesen aktiven Ansatz. Jetzt wird es angeschlagen nach einem Pokalspiel. Schade, wenn der nicht kicken kann, weil wer den mal live hat spielen sehen, das ist auch eine absolute Bereicherung. Und insofern braucht man da gar nicht mehr allzu viel sagen. Die Frage, die ich mir immer nur stelle, ist, gibt es jetzt so ein Spitzenspiel, wo dann doch beide ein bisschen abwartend sind und am Ende gibt es irgendwie Friedlich-Schiedlich 1-1 oder es gibt halt das komplette Spektakulum. 5-4 oder so. Und es gibt ein 3-3 mit Chancen für insgesamt 12 Tore. Also ich glaube, es wird ein Spektakel. Ich glaube es auch, weil beide eben diesen, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der VfB oder Bayern 04 einen Ansatz wählen wie der BVB und da den Mannschaftsbus parken, weil das liegt nicht in der Herangehensweise beider Trainer, das wollen die auch gar nicht. Und deswegen, ich habe jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, das ist geil. Das ist einfach ein geiles Fußballspiel. Und das wird großartig, Stadion wird pickepacke voll sein. Und jetzt sind wir mal ehrlich, du hast es angesprochen, sind noch ungeschlagen in der Liga. Aber wer, wenn nicht diese Stuttgarter Mannschaft, könnte denn diese Serie beenden? Der BVB war es nicht letzte Woche, die mit ihrem destruktiven Ansatz immerhin zum 1-1 gekommen sind, wenn auch sehr schmeichelhaft, wie ich finde. Bin sehr gespannt und ich meine, Wohlgemut hat auch irgendwie so gesagt, hey, wir spielen zu Hause. Das ist ein Vorteil. Stimmt. Und dann muss man mal schauen, was das Spiel hergibt. Aber ich frage mich wirklich, wie das Spiel werden soll. Also, das sind ja zwei Mannschaften, die quasi den gleichen Spielstil pflegen. Na, es ist nicht gleich, aber es ist ähnlich. Es ist ähnlich. Wer hat denn dann mehr Ballbesitz? Also, sehen wir zwei Mannschaften, die sich quasi beide ständig gegenseitig hoch anpressen, dann wird es ja Ballverluste en masse geben. Da wird es viele Phasen geben. Also, da wird es ja wild. wenn quasi der VfB, der VfB hatte gegen Dortmund ja wieder in der ersten Halbzeit, glaube ich, 61 Prozent Ballbesitz. Ja, das war krass. Es waren zwischendurch sogar 65. Fast 70 mal. In der Anfangsphase war es ganz extrem. Fast 70 Prozent Ballbesitz. Das wird ja Bayer Leverkusen nie zulassen, dass der VfB 70. Glaube ich nicht. Aber der VfB wird es auch nicht zulassen, dass Bayer Leverkusen 70 Prozent, also, das ist quasi so, da treffen, das ist wie zwei Pluspole, die da aufeinander treffen. Das klappt, also, das klappt halt irgendwie nicht. Also, das wird wirklich, glaube ich, das wird ein ganz wildes, ein ganz wildes Spiel. Und im Idealfall wird es wieder ein Fußballfest, so wie es am Mittwochabend ja auch ein Fußballfest war. Zumindest alle VfB-Fans werden das sagen. Mein Bruder nicht. Aber das könnte am Sonntag, ja, wer es dann letztlich für sich entscheidet, du weißt, wie es ist, Tagesform, wie läuft es, wie kippt es. Ich glaube, das wird auch für den neutralen Fußballfan ein geiles Spiel. Also, wenn ich Fan von, keine Ahnung, wer der Bremen wäre, und ich sehe meine Bremer da rumgucken, und ich sehe sonntags 15.30 Uhr, Stuttgart-Leverkusen, würde ich mir angucken. Würde ich anschauen. Ist nicht so das Sonntagnachmittagsspiel, wo man normalerweise so wegdöst, nach zehn Minuten, glaube ich. Bochum gegen Hoffenheim, was mich ungefähr so viel interessiert wie Schach. Wobei Schach ist cool, aber ich würde mir jetzt kein Schach im Fernsehen anschauen. Das Spiel der Könige, das könnte am Sonntag dann in Stuttgart steigen. Das sind ja, also, es sind halt aktuell einfach die beiden Teams, die am besten drauf sind, die völlig zu Recht oben mitmischen. Leverkusen hat die größte Titelchance vermutlich seit, wann war das mit Bayer und Unterhaching und Ballack und so, das ist ja 20 Jahre her. Und deshalb, eigentlich kann es nur gut werden, sagen wir es mal so. Trotzdem gibt es ein paar Problemzonen für Sebastian Hoeneß vor dem Spiel. Nämlich, wir haben es vorher in der Podcast-Folge schon angesprochen, Danny, diese Luxusprobleme, die der VfB hat. Wir müssen uns überlegen, ein Silas, der gegen Bremen wahrscheinlich sein bestes Spiel in dieser Saison gemacht hat, in den letzten Wochen, sitzt auf der Bank gegen Dortmund. Völlig überraschend. Es startet wieder die Doppelspitze, Undaf, Gerasi, Mio, Darf, Muss, Soll, Kann auf rechts ausweichen. Dafür startet eben wieder Angelo Stiller im Zentrum mit Atakan Karasor. Was machst du denn jetzt? Also, du hast einen Wagnoman, hinten rechts, du hast einen Mittelstädt hinten links, hinten links ist safe, glaube ich. Und Anton, Anton ist safe, Zagadou ist safe. Wagnoman, weiß ich nicht. Vielleicht passiert da was. Dann hast du das Zentrum, Stiller Karasor, ist eigentlich auch safe, aber gegen Bremen hat man gesehen, kannst du auch mal einen rausnehmen. Ohne Probleme. Kannst du machen. Dann hast du links, Chris Führig, der mir gerade, muss ich zugeben, nicht so gut gefällt. Aber auf hohem Niveau. Immer zur Einordnung dazu. Es ist einfach so, Chris Führig gefällt mir gerade nicht so gut. Enzo Milo, ein Traum, was der macht. Ich fand die Doppelspitze gegen Dortmund nicht so geil. Ich würde da wahrscheinlich eher wieder Enzo Milo quasi auf die 10 stellen, Gerasi alleine starten lassen. Rechts würde ich vermutlich sogar Leveling starten lassen, weil du einen Spieler brauchst, glaube ich, der enorm viel Rückwärtsgang hat gegen diese unfassbar schnellen Leverkusener Außen. Also ich glaube, da kann schon was Überraschendes passieren. Und dann sind wir wieder beim Stichwort Luxusprobleme. Was machst du mit Silas? Kommt er wieder auf die Bank. Was machst du mit Chris Führig? Gibst du dem mal eine Pause? Stellst du auf Dreierkette um und gibst quasi Mittelstädt den klassischen Links-Wingbacker und stellst rechts dann Wagnoman auf Wingbacker. Dann hätten aber weder Führig noch Silas Platz. Also du hast wirklich Luxusprobleme im Kader des VfB Stuttgart und dass wir da mal drüber reden, Danny, dass eigentlich jeder Spieler performt im VfB-Kader und wir jetzt wirklich sagen müssen, der Trainer hat ein Problem, wer spielt? Crazy. What a time to be alive. Ja. Du brauchst gar nichts hinzufügen. Alles rausgelegt. Also das Gute am Luxusproblem ist ja eigentlich ist es ja dann egal, welche Lösung du wählst, weil sie vermutlich trotzdem funktionieren wird. Also ob jetzt dann Silas startet oder eben nicht, ob Labeling mal ran darf. Du wirst einen Spieler auf dem Platz haben oder elf Spieler auf dem Platz haben, die gut miteinander funktionieren und die gut in Form sind. Und ich denke, dann ist es wirklich Matchplan, Gegner abhängig. Am Freitag wird die Pressekonferenz sein. Wir müssen ja auch mal abwarten, wie vielleicht so das ein oder andere Wehwehchen, ob noch das dazugekommen ist. Und dann bleibe ich dabei, das hat das Potenzial für ein richtiges Fußballfest. und ich gehe fest davon aus, dass es eins wird und dann ist es mir wurscht, ob Leveling oder Silas oder Milo rechts spielen, weil am Ende des Tages ist es egal, weil da ein guter Spieler stehen wird. Und ihm gegenüber wird auch ein guter Spieler stehen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein gutes Spiel wird, einfach verdammt hoch. Was tippst du denn, Danny? Du warst letzte Woche ja der Tipp-Gott. Ich muss einfach so sagen, Danny, du hast ein 2 zu 0 gegen Bremen getippt und die Torschützen richtig. Leider haben wir Dortmund nicht richtig getippt. Wenn du das auch 2 zu 0 getippt hättest, da wäre mir jetzt ein bisschen Angst zu Fangen geworden. Hätte ich diese Woche mal Lotto gespielt. Genau. Aber ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, gestern schon auch nach dem Pokalspiel, wie geht es am Sonntag aus? Und ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Ich habe ja auch nie eine Ahnung, wie es ausgeht. Ich tippe halt mal und alle Schaltjahre habe ich halt mal recht. Ja, aber jetzt zum Beispiel der VfB in Heidenheim, dass die da gewinnen, haben sie nicht. Aber das liegt ja nahe. Und jetzt gegen Dortmund, super Lauf, Bremen, Heimspiel, Sieg, das zu tippen, muss ja jetzt kein Heldiger sein. Aber jetzt Leverkusen, ungeschlagener Tabellenführer, aber der VfB hat einen unfassbaren Lauf. Ich sehe den VfB da als Sieger vom Platz gehen. Ich sehe es aber auch, dass sie verlieren. Aber was tippst du denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Sonst legst du dich immer fest. Ich habe mich letzte Woche festgelegt, hat super funktioniert. Bitte. Soll ich vorlegen? Ja, bitte. Ich glaube, es gibt eine 1-1. Aber ein spielerisch hochklassiges 1-1. Und soll ich wieder Torschütze? Ja. Atakan Karazin? Nein, nein. Jetzt muss ich mir überlegen. Torschütze? Nein, führe ich. Ich sage 1-1, führe ich. Wenn das stimmt, dann spiele ich nächste Woche einen Lottoschein aus. Dann lege ich hier so einen roten Teppich hin. Wobei wir ja Glücksspiel eigentlich nicht so gut finden. Vielleicht finden wir aber noch was Sinnvolleres als das. Spende lieber das Geld. Du tippst ein 1-1. Ich bin voll risky. Der VfB schlägt Leberhusen. Der VfB schlägt... Aber wie? 2-1, 3-1? Es wird ein richtig wildes 3-2. Wow. Richtig geil für dich. Bis kurz vor Schluss Nervenkitzel. Du schreibst deinen Text oben auf der Pressetribüne und weißt bis zum Schluss nicht. Das gönne ich dir. Das wünsche ich dir. Dass du bis zum Schluss nicht weißt, was passiert. Ich würde es abfeiern. Stell dir das mal vor. Einfach nur stell dir das mal vor. Der VfB schlägt den bis dato ungeschlagenen Tabellenführer aus Leverkusen. Wären sie dann vorbei? Nee, oder? Dann würden sie nicht vorbeiziehen an denen. Ich glaube, Leverkusen ist vier Punkte vorne. Ich glaube auch vier Punkte vorne. Ja, ich glaube auch. Stell dir das mal vor. Ja, das ist eine schöne Vorstellung. Geil, oder? Wie jetzt VfB-Fan wäre, würde ich mir das sehr gerne. Würde ich mir einrahmen. Ja, vielleicht kann man sich es am Montag einrahmen. Oder Sonntagabend. Ab nochmal. Und dann Sonntagabend noch Pokalauslosung. Saarbrücken zu Hause. Wobei die jetzt ja zweimal in den Bundesligas noch ausgekegelt haben. Ich habe aber auch schon mit unserem Kollegen, mit dem Alex hier, der Pfälzer Bub ist, ausgemacht. Auswärtsfahrt. Betzenberg. Kaiserslautern. Das wäre auch geil. Großartig. Wenn ich mir was wünschen würde, ganz ehrlich würde ich mir das wünschen, weil das ist eine geile Auswärtsfahrt. Das ist so ein geiles Start und da war ich so oft als Jugendlicher. Und es ist ein machbarer Gegner. Was willst du mehr? Was willst du? VfB-Fan. Was willst du mehr? Was wollt ihr mehr? Was wollt ihr mehr da draußen? Also ich meine. Was wollt ihr mehr da draußen? Zwei Stunden Podcast Simi. Es gibt bald Essen. Ich mache jetzt mal den Micky Beisenherz von MML. So, ey Leute, ich muss gehen. Hast du was bestellt in der Menge? Ich habe was bestellt. Heute gibt es Schnitzel. Heute ist mein Fleisch. Das tut mir ja vegetarisch zu ernähren. Bei mir gibt es, glaube ich, was gibt es, Knödel mit Champignon-Rahm-Soße? Auch nicht schlecht. Auch geil, oder? Komm zum ZVB, da gibt es geile Mensa. Nein, Danny, wir machen einen Strich drunter. Okay? Leverkusen, du tippst ein 1-1. Ich tippe ein 3-2. Es wird ein wildes, rassiges Spiel. Ich glaube, ich werde vor dem Fernseher ein, zwei Herzinfarkte bekommen. So ein Spiel wird es. Und Polizei haben wir besprochen, Danny. Wir müssen noch eine Kleinigkeit ansprechen. Ja, ich sehe es gerade hier. Der VfB hat einen neuen Medienchef, Holger Beun. Ja. Kommt wieder, kommt zurück, war schon in Stuttgart, ist gerade in Frankfurt aktiv, kommt zurück, war ja Tobias Kaufmann, der bisherige Medienchef, der verlässt den VfB in Richtung DFL. Danny, ganz kurzer Take dazu. Du kennst ihn, glaube ich, noch nicht, hattest mit ihm aber Kontakt, aber er ist ja ein alter Bekannter in Stuttgart. Ja, der wohnt, glaube ich, auch noch hier in der Region und war von, jetzt lassen wir mich lügen, 2006 bis 2017, glaube ich, beim VfB tätig. Ist also ein alter Bekannter, der den Verein gut kennt. Scheint auf den ersten Blick eine gute Lösung zu sein. Holger, falls du zuhörst, herzliche Grüße, herzlich willkommen dann. Fängt ja zum Januar an. Tobi, dir gute Zeit bei der DFL, aber wir werden ja nochmal in Kontakt sein bis dahin. Ja. Ich kann gar nicht viel zu sagen, weil ich, wie gesagt, in seiner Zeit, als er in Stuttgart war, nicht mit ihm zusammengearbeitet habe, so wie wir das jetzt mit den Herrn Herbert oder Kaufmann gewohnt waren. Deswegen, ich bin gespannt. Der hat da offensichtlich in Frankfurt einen guten Job gemacht. Das kann man, glaube ich, sagen, wenn man sich das von außen anschaut. Und deswegen, frischer Wind, neue Ideen, bin ich immer aufgeschlossen für. Wunderbar. Aber jetzt haben wir wirklich alles abgefestet. Und ich sehe schon wieder hier, ich habe unsere Zeit gerade mal angeschaut, wieder eine Stunde 15. Und meine Stimme hat gehalten. Die hat gehalten, sehr gut, Danny. Aber nach dem Spiel gestern, vielleicht brauchen wir hier mal einen neuen Sponsor. Ricola, Schleichwerbung. Also Ricola, Bruder, wenn du zuhörst, komm, Werbung. Wenn es jetzt nicht kommt, dann weiß ich auch nicht was. Das war doch, das war das netteste Werbeangebot ever, oder? Absolut, ja. Also, Strich drunter, aus die Maus. Danny, viel Spaß hier gegen Bayer Leverkusen. Deine Texte gibt es wie immer auf zvw.de slash vfb und natürlich in der ZVW News App. Holt sie euch, geht in den Apple Store oder in den Google Play Store, holt euch die ZVW News App, stellt den Push-Kanal vfb Stuttgart ein, kriegt ihr alle Texte direkt aufs Handy gepusht, müsst nichts mehr machen. Bitte bewertet diese Podcast-Folge. Es ist egal, ob positiv oder negativ, schreibt uns eine Mail, vfb at zvw.de. Das möchte ich wirklich nochmal unterstreichen, das mit den Mails letzte Woche, das fand ich klasse. Das Thema Polizei hat aufgewühlt und da kamen tolle Mails, die kritisch waren, aber sachlich im Ton, die Punkte angesprochen haben, wo ich mir dann auch so gedacht habe, so reflektiert habe, ja okay, wenn das in meinen Ausführungen mal so rüberkam, dann muss ich es auch nochmal überdenken. Perfekt, so soll das laufen. Das fand ich ganz großartig. vfb at zvw.de Das ist eure Adresse, wenn ihr hier was zu mäkeln habt, aber auch wenn ihr uns loben wollt, passiert auch ab und zu mal oder, Stichwort, neuer Sponsor. Wenn das für euch was sein sollte, tretet auf uns zu, auch da ist vfb at zvw.de die richtige Anlaufstelle oder eben einen von uns beiden geschmeidig abflexen, wenn er zwischen Medienblog und Presseraum hin und her huscht oder beim Training ist oder sonst wo. So machen wir es. Und dann noch YouTube-Hörer, YouTube-Schauer und Schauerinnen natürlich. Lasst einen Daumen hoch, macht einen Kommentar, teilt die Folge dem YouTube-Algorithmus gefällt es, dann werden wir ein bisschen mehr abgespielt, werden immer ein bisschen größer, können den Podcast hier vielleicht dann auch noch ausbauen, je nachdem. Deswegen, Danny, danke dir, dass du hier zu Gast warst. Ich glaube, wir gehen jetzt schön Mittagessen erstmal, danach machen wir uns an die Podcast-Produktion und dann sehen wir dich am Sonntag im Stadion vielleicht. Schrei mal in die DAZONE-Kamera, wink mal rein oder so, sag mal liebe Grüße und dann an euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören, bleibt anständig, bleibt sportlich und dann bis nächste Woche. Ciao, ciao. Schönes Spiel euch. Ciao. 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 Ciao.